Okay, ein Twitch-Clip. Was hat er für eine Zahl zur Zeit, der Kevin? 576 auf Chess.com Ich frage mich, wie niedrig kann man eigentlich sein auf Chess.com? Das ist schon eine krass niedrige Zahl. Johnny, danke dir für die 2 Euro. Als kleiner Wiedergutmann, weil ich nicht über deinen Affiliating gegangen bin. Ach, Quatsch. Nächstes Mal. Okay, Kevin hat mir wieder Schach gespielt. Wie lange ist der Clip? Oh, immerhin eine Minute. Okay, komm. Hauen wir rein. Warte mal, wie steht es hier? 245, 2345. Alles ausgeglichen, materiell. Oh, seht ihr das hier, Chat? Läufer H7 find ich hier die Mama, ne? Auf die D5. Gucken wir mal. Ah. Oh, hat er gesehen. Hat er gesehen. Dann kannst du pre-moven. Ha, ha, ha. Was trinkt er da eigentlich? Schön aufgepusht. Ja, nimm den Läufer. Ist gut. Nimm den Läufer. Ja. Hallo, nimm den Läufer. Genau. Sehr schön, sehr schön. Total nah am Mikro. Was ist das für eine Mucke? Nein, nein. Ich sehe schon, was kommt. Er lässt sich gerade gleich auf die Grundreihe matt setzen. So kugelbuchmäßig. Er zieht gleich den Läufer bestimmt weg. Und dann ist matt auf E1. Ich hab's kommen sehen, ey. Ich hab's kommen sehen. Der ist doch völlig aufgedreht, ey. Wird eigentlich die Mucke dazu geschnitten. Total geil. Ich wusste es, ey. Das ist matt mit auf E1. Ich wusste es. Was ist das für ein geiler Clip? Was ist das für eine Mucke eigentlich im Hintergrund? Ach, die Musik hat er selbst angehabt. Weiß jemand, was das für ein Clip ist? Richtig, richtig geil zum Pushen, ey. Ja. Schreib mal hier mal in den Chat, wenn jemand weiß, was das für eine Mucke ist. Unstoppable. Einfach Epic Music. Musik von Skyrim. Ah, okay. Weil man sieht hier nicht, was das für eine Mucke ist. Unstoppable. One hour. Steht da nur. Das ist echt wie Kugelbuch so ungefähr, ne? Der Typ ist so bad, Matt. Das ist so in einer Reihe mit Kugelbuch. Damals dieser Mauslipp mit der Dame, ne? Zu göttlich. Das ist immer viel mehr Spaß, ne? Aber auch krass, dass ein 500er Gegner den Bauern vorsieht, um eine Falle zu stellen. Ja, das ist die Frage, ob er den Bauern deswegen vorgezogen hat. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er den... Einfach so vorgezogen, ohne Sinn. Aber auf jeden Fall doch, war eine gute Falle, ne? Für Greek. Sehr schön. Danke. Das ist cool. Das ist echt cool. Das ist ein Lacher. Ah, herrlich. Er soll mal Bescheid geben, wenn er mal Schach spielt, mal wieder. Können wir ein bisschen Coaching machen. Das ist ein Lacher. Also. Ein 보�indor cercle, wenn er zum Lacheri voit speed repräht. Denn die St dimm Bird. People need doch neuen ... Wo wir haben. Ja, dann findet ihr eigentlich warmes. So ganz nah. Und das war auch erst mal so gut depth. Vielen Dank.